Veko Karat Brillant Wunderkerzen 10 Stück auf einmal werden wir davon zünden. Die NEM von dem Ganzen beträgt 13 Gramm. Hoffentlich klappt alles. Die NEM von dem Ganzen wird ein. Das wird ein Stück weit entfernt und wird ein Stück weit entfernt. Die NEM von dem Ganzen wird ein Stück weit entfernt. Wenn der Kack des Sandens wieder einfacher ist, wird der Kack des Sandens schlägt. sehr hell aber für zehn stück war es auf jeden fall sehr gut alles klar